Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen hier zurück zu ARK. Ich habe das Problem gelöst. Man sollte auch in der Mod, also in der Beschreibung der Mod richtig lesen. Die Sachen musst du wieder neu erlernen. Also ich konnte, ich habe es gar nicht mehr. Aber ich habe sozusagen verlernt, ich habe es jetzt wieder deaktiviert. Und also wieder gelernt und jetzt kann ich es wieder. Jetzt muss ich noch mal weiter gucken, nicht dass noch irgendwas... Das hätte ich gar nicht gelernt. Alles andere müsste da sein. Ja, damit habe ich das Problem gelöst. Wir können einfach weiterspielen mit der Stackmod. So, was hatte ich jetzt vor? Ich wollte die Dino-Türbögel platzieren auf unserem neuen Podest. Okay. Mh... Jetzt sind die gleich hoch. So ein Munk. Nein! Jetzt müssen die warten, bis sie die Riste verschwinden, oder was? Weg mit euch! Mushi! Aber ich kann ja den einfach, ne? So platzieren. Nee, das ist ja auch Kacke, verdammte. Och Mann, ey. So ein Munk. So eine Munk. Zwei wiederherstellen. Aufheben. 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 Da ist was, da ist was. Aufheben. Aufheben. Es war schon lange kein Oster mehr, aber... Aufheben. Oh, Wasser, 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 Wasser. So. Oh, Wasser, 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 Wasser. Hä? Hallo? Aha! Abreißen. Und... Fünf. Seh ich wieder nichts. Goal. A like. Äh. Woll ich so rumnehmen? Ach, Schmonk. Ach, Kacke, verdammt, das ist doch blöd. Äh. Wer wohnt in der Ananas ganz tiefe Meer? Doch. Madame hat schon wieder gestartet. Weil sie es kann. Problem ist gelöst. Ja, war das Problem. Du musstest es nochmal neu lernen. Wie, neu lernen? Die Enagramme waren verschwunden, das was du gelernt hattest. Hä, bei mir auch? Ja, hab ich schon wieder, äh, zurückgenommen. Habst du dir schon wieder beigebracht? Okay, das muss ich jetzt nicht verstehen. Nein, ich auch nicht. Ich bin nicht froh, weil sie sich mal wieder verbaut hat. Arc und die Snap-Polz. Sag ich nur dazu. Ich bin froh, ich bin froh. Du auch. Ich bin froh. Ich bin froh. Bitte, bitte, bitte. Schmonk. So ein Schmonk. Also so oft zu verbauen. Ist echt bitter. Also so oft zu verbauen. Jokunliss, ne istien? Ne istien? Man kann sie doch nicht so oft verbauen. Jetzt regt das Material nicht mehr aus. Was ist das? Oh. Ich will nur dieses blöde Dino da platzieren. Echt? Nein, ich will kein Geländer, ich will eine Foundation. Probieren wir es mal. Probieren geht über studieren. Ich raste aus. Arkt ärgert mich. Ärgert mich. Ärgert mich. Jetzt. Jetzt. Es hat es nicht. Es wird jetzt natürlich ganz anders gesnippt. Ich glaube fünf Stunden oder so. Nein, 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 das. Nein, nein. Ähm. Damit funktioniert es eindeutig besser. Danke. Kannst mir auch einfach sagen, dass ich Girl is to me bin. Also, ich nehme jetzt Rabi nochmal mit, beziehungsweise Selma und kümmere mich mal ums Essen. Ei, ei, Captain. Was sagen eigentlich unsere Kleen beiden? Oder unsere drei Kleen? Drei Stunden, drei Stunden, drei Stunden. Haben die noch genug Essen? Ja. Ja. Und nochmal ein Ja. Weiblich. Weiblich. Warum haben wir eigentlich nur weiblichen Nachwuchs? Was? Warum haben wir nur weiblichen Nachwuchs? Weiß ich nicht. Bei Mädels. Bessere? Würde als Kind auch lieber eine kleine Prinzessin nehmen als Junge. Bessere? Wer wohnt denn anann das ganz tief in den Grund angloß? Ja, so oder so ähnlich. Hab hast du Recht. Gut, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal anders. Gelb war Stroh. Da war Holz drin. Ich nehme Heinrich mit. Heinrich, mein Schatz. Aua. Holz, ich, Holz, ich und mein Holz. Holz, Holz. Perfekt. Dat lübt doch. Was sagt eigentlich der Drachen-Counter? 3 Stunden irgendwas, deswegen bin ich jetzt schon mal losgegangen. 5 Stunden Preserving bin ich, bin jetzt einfach mal anzusammeln. Soll ich dann den Preserving bin noch machen? Hm? Soll ich den Preserving bin da noch platzieren? Nein, das ist direkt daneben, kannst du schon mal machen, dann kannst du auch die Dinge schon umpacken, wenn du willst. Was umpacken? Die, die nehmen das, wenn du das schon haben, dann kannst du ja schon umpacken. Okay, dann verfällt das. Okay. Dann verfällt das. Okay. Dann verfällt das. Das Harz nochmal. Weißt du das per Zufall noch? Das Baumharz, das war eins von den, äh, Sacken für die Links. Er ist mitzielt. Richtig. Richtig? Richtig? Nee. Ich hab schon wieder vergessen, schon wieder so lange her. Und wofür brauchte ich das Baumharz? Also für euch scheint es noch eine der letzten Folgen gewesen zu sein, aber für uns ist es schon wieder... Annotok. Eigentlich schon wieder zu lange her. Richtig. Hast du jetzt gekackt, Heinrich? Ich habe jetzt ganz viel Holz im Inventar. Das wird immer noch nicht voll. Das ist total toll. Weg da, hier kommt die Krabbel. Alles andere sind sowieso im Anteil. Ich hab grad zwei Titanenbohrers, ein Anglosaurus und einen von diesen, äh, Gorpion-Dingern. Einfach so weggehauen. Die Krabbel ist schon ein bisschen pornös. Warte, jetzt nur noch mal drauf, dass wir neben das Unfallsystem. Na, kommt rein. Holt euch euren Stone-Mick-Up, genau. Ich und mein Holz, 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 Holz. Ich und mein Holz, 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 Holz. Was ist das? Ich weiß nicht nur, dass sie hier sporen werden. Es ist nur eine Frage, wann. Da sind die Nameless. Hey, hallo. Schön, dass du mich angreißt. Danke. Spawn noch welche. Okay. Nicht an. Töten. Okay, wir haben zwölf, man nehmen das Gift. Ich würd sagen, da musst du noch ein bisschen mehr holen, glaub ich. Mit zwölf kommen wir nicht weit. Holz, Holz, Holz. Ach, wieder Tür vor der Nase zugemacht. Hier ist noch ein bisschen Holz. Das riecht nicht. Oh, ich kann nicht mehr springen. Mein Elementar ist zu schwer. Mhhh. Woran dat wohl liegt? Hm. Das zeigt sich hier grad keiner als hier mehr. Kommt schon. Wo seid ihr? Ihr wollt mich doch unbedingt. Kommt doch her. Kommt doch her. Da. Da. Kommt einer. Da ist der Alpha. Ich seh eins. Zwei. Zwei. Zwei seh ich. Drei. Vier. Fünf. 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 Tja, kannst ja nebenbei noch zähmen, ne? So, jetzt fehlt mir ein Türrahmen. Dazu brauche ich Holz. Sollts auch anders sein, ne? Krabbe muss ich jetzt glaube ich erstmal wieder erholen. Moment. Fünf. Was täte Lebensenergie eingebüßt. Ja, aber ist okay. Du bleibst hier, du bleibst artig. Ne. Stell dir mal. Bisschen artiges. Wie war das denn mit den Herrscherhafen? Was fressen die denn gerne? Muss ich jetzt mal wieder nachgucken. Äh. Bring aber bitte das Pendant zu unserem mit. Das Pendant. Naja, ich bin der Meinung, wir haben jetzt ein Männchen, oder? Wir haben jetzt glaube ich ein Männchen. Ne, ja. Ich geh grad nachgucken. Ich weiß es nicht. Vielleicht hab ich ihn auch einfach nur so Bob genannt. Wäre natürlich doof, aber würde es mir zutrauen. Äh, ja. Du hast ihn einfach nur so Bob genannt. Ich seh immer nur ein Scheinhorn. Wir bräuchten jetzt also noch ein Männchen. Bild weiblich. Ich hab hier nur zwei Weibchen. Aber guck mal, das Scheinhorn. Dann bring ihn trotzdem mit. Au. Das Scheinhorn ist Level 92. Ah, cool. Kann das aber glaube ich nicht transportieren. Wieso hast du ein Schultertier dabei? Ah ja. Aua, 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 aua. Warum greifst du mich an? Warum greifst du mich an? Scheiße. Oh Mann ey. Die greifen mich an. Ich weiß nicht warum. Ich hab denen nur was essen gegeben. Er hat's gefressen, aber er hat mich sofort angefangen anzugreifen. Puh, das ist merkwürdig. Tut mir leid. Dann seid ihr jetzt tot. Oh, ich lauf einfach mal ganz dezent durch die Pilze. Tut mir leid. Dann seid ihr jetzt tot. Entschuldigung. Wo mache ich den jetzt schon wieder? Da sind sie. Komm her. Komm her. Komm her. Ich seh den Alpha aber er greift, steh ihn sich an. Beziehungsweise er steckt heute in der Pelsen fest. Kann ich ihn abknallen. Hm. Ich hab meinen einen Torbogen. Ich hab meinen Torbogen. Wo ist der Scheinhorn hin? Die Grenier hat bestellt. Muss mitnehmen. Da ist der Scheinhorn. Also ich nehm den Scheinhorn jetzt in meine Klaue. Wenn ich's kann. Müsstest du. Theoretisch. Kann ich nicht. Nicht? Nö. Ich kann das Scheinhorn nicht aufheben. Quack. Das kann man doch aufheben. Das Torbogen wieder falsch gesetzt. Ich könnte kotzen. War klar, dass es wieder dafür nicht reicht. Aber weißt du was? Das Scheinhorn wurde gerade von der Titanboa bewusstlos gemacht. Aber ich kann's nicht sehen. Ne, es ist ja auch ne Aktiv-Zimmer. Hm. Äh. Fick mal ganz klar. Falsch. Ich laufe falsch. 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 Carry Ableton. Falsch. Falsch. Feinhorn kann ich eigentlich tragen. Falsch. Deswegen wundert's mich eigentlich, dass du das nicht tragen kannst. Ja, das ist, dass du das nicht getan hast. Acht. Quatsch. 5000 Com 2016 Non 18 Ich nehme gleich lieber ein bisschen mehr Holz mit. Weil ich sowieso wieder falsch platzieren werde. So. Hm, Scheibenkläster. Dicke Jenny steckt fest. Hm, dicke Jenny kommt da nicht hoch. Aber weißt du was? Wir müssen wieder raus. Aus dem hier. Aber er redet nicht mit mir. Wie immer. Ich muss gerade meine arme, kleine Dame hier wieder hochfuttern. Ja? Wir müssen raus. Ja. Und beende doch die Folge erstmal. Ja. Ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder übermorgen. Ja. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann. Macht's gut. ja. Ja, gerneILMärmärmärmärmärmärmärmärmärme. Untertitelung des ZDF, 2020